was ist das da steht eine Puppe auf dem Bett, aber ich kann sie nicht hä? gut, diese Puppen haben immer Munition dabei aus irgendeinem Grund sieht das da viel heller aus als der Originalraum des Sanitariums hat wohl jemand Lichteffekte vergessen gut, wen interessiert's alternativ, oh Gott ich will nicht sagen, was gut, das sieht noch ganz human aus, muss ich sagen im Vergleich zu dem, was ich erwartet hätte ich hätte jetzt erwartet, dass überall einfach nur Flüsse aus Blut sind und im Vergleich dazu ist das hier ja noch ganz okay Schlossdefekt, was war das für ein Teil? ach Mist, das sind Automaten aber in der alternativen Ebene hat niemand Durst, deshalb gibt's hier auch keine funktionierenden Automaten da hängt irgendein Zeug von der Decke gut, den Raum hier kenn ich ja oh ja, ich kenn ihn wow es kann weitergehen durch diese Tür gut, die Kamera mal wieder nun können wir denke ich mal auch nach unten in diesen Raum reinkommen yep heißt schon wieder ein neues Gebiet dieses Mal halt nur in der alternativen äh in der ja doch in der alternativen was das in der Tür gibt es eine seltsame Vertiefung ihr Anblick macht mich ganz benommen Travis, die Vertiefung hat mehr Angst vor dir als was zur Hölle war das? Okay. Ähm, etwas blockiert die Tür. Ähm, auch diese Tür wird wahrscheinlich blockiert. No, sie ist offen. Das heißt, wir können durch. Weil sie offen ist. Wie immer eigentlich. Neuer Raum, neues Glück. Ähm, nichts in der Schublade. Munition für die Schützenpistole. Wir sollten jetzt... 18 Schuss haben, glaube ich. Energy Drink. Hier ist sonst nichts. Da liegt doch was in der Ecke. Okay, kann es nicht aufnehmen. Leere Schublade. Die Tür ist offen. Was? Okay, normale Gegner. Kein Problem. Kein Problem. Stirb doch bitte. Den Schraubenschlüssel. Ich mag ihn irgendwie nicht. Es dauert so unendlich lang, bis man damit anfängt zuzuschlagen. Da hat der Gegner ihn meistens schon angekotzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Sonst war hier nichts. Das ist die Vertiefung. Das heißt, ich bin wieder hier. Wo plötzlich diese... diese Art Katzen auftrat. Ähm... Da... Darmentoilette! Okay. Okay. Geschafft. Jetzt kann ich sofort zuschlagen. Und der Gegner müsste jetzt gleich tot sein. Beziehungsweise es wäre hilfreich. Ja. Okay. Gegner. Tot. Darmentoilette! Dieser Raum hier... hat schon so eine eigenartige Tür. Was? Was? Ich scheint es überall irgendwie runter zu gehen. Warum sehe ich mich von oben? Warum sehe ich mich jetzt nur von der Seite? Okay. Wechseln wir einfach wieder in das normale Krankenhaus zurück. Sanatorium. Wow. Okay. Jetzt sieht ja schon alles... Ich wollte gerade sagen, es sieht alles ein bisschen besser aus. Scheint verstopft zu sein. Und... Ich denke nicht, dass du vorhattest, sie zu benutzen, Travis. Bring mir meinen Sohn. Gut. Wird erledigt. Wenn ich weiß, wer das ist. Und wo ich ihn finde. Liegt da eine Notiz auf dem Boden? Sagt er was in Textform? Naja, es ist ziemlich unfair für Leute, die kein Englisch können. Gut. Ähm. Gesundheitstrink. Ich hab noch einen. Ein erfrischendes Kräutergetränk. In einem von Monstern überlaufenden Sanatorium. Wo mit Blut auf dem Boden steht, bringen wir meinen Sohn. Sehr lustig. Ähm. Was war das? Gut. Karte, Karte. Dieser Raum ist hoffentlich offen. Er ist offen. Der Raum ist offen. Heißt, möglicherweise geht es hier weiter. Ich zücke schon so aus Vorsicht die Waffe. Wobei das eher destruktiv ist, weil man sehr langsam läuft damit. Und ich denke, es ist auch das Beste, wenn ich einfach in Zukunft versuche, ähm, den Gegnern auszuweichen, weil ich nur noch einen Heidrank habe. Es gibt keine Fernkampfwaffen oder zumindest nicht viel Munition dafür. Was alles dazu führt, dass ich ziemlich schnell sterben würde, wenn ich jeden Gegner wirklich bekämpfen würde oder es versuchen würde. Schlossdefekt. Schlossdefekt. Denkt euch was Neues aus. Oh, Schlossoffen. Okay, das ist was Neues. Ich gebe es ja zu. Dort liegt was. Montiereisen. Schraubenzieher. Munition für die Schützenpistole. Und ein Energydrink. Okay. Sonst noch was? Nö. Was heißt sonst noch was? Der Raum hat mir wirklich sehr viel gegeben. Ich gucke jetzt mal, wie viel Munition ich wirklich habe. 6. 6 Schuss. Gut, ich habe 6 Schuss. Nein, 36 plus 6. Also 42 Schuss. Das kann ja noch was werden. Ich glaube, ich werde es mir aber trotzdem noch ein bisschen aufsparen. Denn die Gegner hier sind ja jetzt nicht gerade sehr schnell und gefährlich. Und ich suche den Speicherpunkt. Das suche ich nicht. Die Lobby suche ich auch nicht. Hier war ich überall, aber in der alternativen Dimension. Dann suche ich halt keinen Speicherpunkt. Aber ich suche irgendeine offene Tür. Okay, das könnte es sein. Dann laufen wir mal hin und untersuchen es ein bisschen. Energydrink. Wobei ich fast glaube, dass es schneller wäre, wenn ich einfach nur durchrennen würde langsam. Als wenn ich immer ins Menü gehe und den Energydrink hole. Gibt es dafür eine Schnelltaste? Nein. Okay. Was? Ich wollte die Pistole nicht. Die habt ihr mir untergeschoben. Okay. Ja, hier. Ist das die Tür? Das ist nicht die Tür. Wo ist denn dann die Tür? Da ist die Tür. Gut, dann gehen wir zur Tür. Ach, so viele Sätze mit so vielen Türen. Ein riesiges Gebäude mit sogar noch mehr Türen. Überall nur Türen. Die meisten davon entweder versperrt oder blockiert. Das war es glaube ich jetzt auch schon. Das hier dürfte ja auch verschlossen sein. Dort sind allerdings noch Räume, in denen ich nicht war. Einer dieser Räume hat ein komisches Zeichen. Was? Ne, ich habe mich verguckt. Achso. Achso. Der Pfeil von der Karte war drauf. Gut. Gehen wir rein. Das ist die Darmentoilette. Das ist der Raum mit der defekten Tür. Wenn du in seinen Tür sagst, der Raum mit der kaputten Tür, fühlen sich eigentlich alle Räume angesprochen. Jetzt ist die entsperrt. Gut, okay. Gut. Das ist schön, aber... Was ist das hier? Gut, das ist das... Treppenhaus. Aber wollte ich da hin? Ne, ich will natürlich erstmal diese beiden Räume durchsuchen und das hier. Die Tür ist mit einem Siegel verschlossen. Jemand hat darauf folgendes geschrieben. Dr. Harris hat den Schlüssel. Gut, und wo ist Dr. Harris? Heißt also, wir suchen Dr. Harris. Was liegt da? Patient Belonging-Schlüssel. Warum liegt der auf diesem Teil? Hätte jetzt ja fast erwartet, dass das eine Falle ist. Nope. Es geht... Es geht weiter. Munition für die Schützenpistole. Was? Da lag was auf dem Stuhl. Irgendein Objekt saß auf dem Stuhl. Gummiknüppel. Und des Weiteren eine Notiz. Ähm... O aber... in der Rest 1. invented Cascby Kателиk rakt. ão O – O – ... Untertitelung des ZDF, 2020